Yo Leute, was geht? Maru hier, willkommen zurück zum neuen Storm Connections Video. Freunde, ihr habt es richtig gehört, ihr habt es bestimmt auch mitbekommen. Es gibt das erste richtige Gameplay zu Storm Connections, Shoutout an IGN. Die hatten auf der Anime Expo die Möglichkeit, das Ganze abzucapturen. Bevor jetzt aber die Frage kommt, yo, wo kann ich die Demo runterladen, ist bisher noch nicht zum Download verfügbar. Ich denke, es wird aber auch eine Demo geben. Zu Storm 4 gab es auch eine Demo, zu Storm Revolution gab es auch eine Demo, wo jeder anzocken konnte. Die bisherige Demo ist aber nur so für bestimmte Events, wie beispielsweise die Anime Expo. Für euch aber auch schon mal hier in Deutschland die Möglichkeit, dass man ebenfalls Storm Connections ausprobieren wird. Anfang August auf der Animagic und Ende August auch auf der Gamescom, sehr wahrscheinlich. Und falls ihr da sozusagen sowieso schon dort seid, auf Animagic, Gamescom etc., könnt ihr natürlich auch die aktuelle Demo von Storm Connections ausprobieren. Es sind 15 spielbare Charaktere dabei, darunter ein paar neue, aber auch alte und natürlich die kompletten Änderungen, die sozusagen jetzt mit Storm Connection dazugekommen sind. Grundlegend muss man sagen, Freunde, klar, Storm Connection hat sozusagen jetzt das Rad nicht neu erfunden, also es basiert komplett auf Storm 4. Viele hatten ja aber die Befürchtung, hey, das wird ja nur ein DLC werden, da wird sich nicht viel verändern. Aber Leute, checkt gerne das letzte Video von mir aus, da habe ich sozusagen kurz und knackig die wichtigsten Gameplay-Änderungen, die man bisher sozusagen auf dem Schirm hatte, die sozusagen jetzt dazugekommen sind zu Storm Connection zusammengefasst, ist, finde ich, meiner Meinung nach, gerade im Competitive Aspekt, wird sich sehr viel verändern. Das Gameplay an sich und ultra viele Änderungen mit reingekommen. Man kann Kombos viel krasser und viel weiter erweitern. Man hat diese Kontermöglichkeit, die man jetzt eigentlich quasi die ganze Zeit benutzen kann, ohne dafür wirklich gepanischt zu werden. Also die Chakra-Anzeige geht nicht runter und du kannst halt einfach auch noch direkt eine neue Kombo damit starten. Dein Chakra lädt sich jetzt automatisch auf. Und noch wie viele andere Änderungen, es war jetzt mal nur so ein Teil davon, aber ist es crazy, was sozusagen dazugekommen ist? Ich finde es gut, ich finde es ehrlich gut. Aber wenn das Spiel schlussendlich draußen ist, wird man dann eher erkennen, was dann sozusagen zu krass ist und was dann hoffentlich auch gepatcht werden muss oder irgendwie vielleicht wieder rauskommen muss. Aber so viel zu dem Thema. Also Demo von Storm Connections gibt es, gerade nur für die Conventions. Ich denke aber, oder ich gehe sehr stark davon aus, dass wir auch eine Demo kriegen werden, die wir dann im Store etc. runterladen können. Vielleicht Up-Release, vielleicht hoffentlich auch schon ein paar Wochen, Monate zuvor. Bei Storm 4 war es ja genauso. Da konnte man damals den ersten Kampf sozusagen, Bosskampf nachzocken. Ich hoffe, dass Storm Connection eine Multiplayer-Demo wird. Es gab auch bei Revolution eine Multiplayer-Demo. Da haben die dann auch die Server und sowas getestet, also so eine Beta, was auch immer. Ist aber bisher noch nichts bestätigt. Ich gehe aber stark davon aus. So viel zu dem Thema. Auf der anderen Seite, Leute, optisch natürlich auch mega stark. Ich hoffe, dass das Game auf 60 FPS laufen wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum ich das sage. Ich habe Storm 4, Freunde, vor ein paar Tagen auf dem PC ausprobiert. Und dort konnte man es auf 60 FPS stellen, was halt ultra den Unterschied macht. Deshalb muss Storm Connections auf jeden Fall auch auf 60 FPS laufen. Und Freunde, für die Leute, die Storm 4 auf dem PC haben, es gibt einen Fan-Made-Mod, wo man Storm Connections, beziehungsweise einen Teil der Änderungen, schon als Mod, als Patch irgendwie nutzen kann. Und ich habe das Ganze auch ausprobiert. Ein paar Änderungen sind auf jeden Fall drin, gerade das mit dem Counter. Und auch die Möglichkeit, dass man sozusagen nach dem Counter die Kombo weitermachen kann. Dass man teilweise Unlimited Items hat mit einem Cooldown etc. Ihr könnt es mal gerne ausprobieren und auf euch wirken lassen. Ist wie gesagt Fan-Made. Die Leute arbeiten aber, glaube ich, daran, das sozusagen auch zu erweitern. Ich dachte, es ist vielleicht ein Good-to-Know. Persönlich hatte ich mir mehr erhofft von dem Mod. Weil ich dachte, es sind ja viel mehr Änderungen sozusagen. Siehe mein letztes Video. Was halt dazugekommen ist. Die haben aber noch nicht alles rüberbringen können. Vielleicht wird es aber auch noch die nächsten Wochen oder so passieren. Monate. Wird aber eh nicht mehr lang dauern, bis das Spiel rauskommt, Freunde. Weil wie gesagt, wir haben jetzt die heiße Phase bezüglich Events. Also im August Animagic und Gamescom. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir spätestens auf der Gamescom einen Release-Trailer bekommen. Beziehungsweise ein Release-Datum, wann Storm Connections rauskommen wird. Ich hoffe nicht November oder Dezember. Ich hoffe irgendwie schon ein bisschen früher. Weil ich einfach keinen Bock habe, so lange zu warten. Aber ich bin guter Ding. Ich bin optimistisch. Das Spiel scheint schon fertig zu sein. Also klar, Grund-Framework war halt Storm 4, worauf die aufgebaut haben. Jetzt noch ein paar Gameplay-Änderungen dazu genommen. Story wird natürlich auch spannend. Da haben die ja eine eigene Story. Meine Reaction zu dem Story-Trailer gibt es auch auf YouTube, Freunde. Und ja, soviel zu dem Thema. Ich wollte einfach auch nochmal die Frage festhalten, wie sieht es aus mit einer Storm Connection-Demo? Weil ich das auch hin und wieder in den Kommentaren lese. Also bisher nichts Bestätigtes. Aber es wird, denke ich, wirklich zu 80, 90 Prozent eine Demo kommen. So war es bei den letzten zwei Storm Games. So wird es, denke ich, so auch weiterhin bleiben. Aber die Demo, die jetzt einfach im Umlauf ist, auf Social Media, auf YouTube, ist halt so eine spezielle Demo von den Events, wo man halt einfach die Möglichkeit hat, schon mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich werde es auf jeden Fall auch noch anzocken auf der Animagic oder Gamescom. Muss ich noch schauen. Ich halte euch über Social Media auf dem Laufenden, auf welcher Veranstaltung oder auf welchem Event. Ich bin im August, Freunde. Deshalb gerne Social Media abchecken. Alle Links in der Videobeschreibung. Und, Freunde, ich bin ebenfalls jeden Montagabends aktuell live auf Twitch. Wir starten heute auch mit Storm 1. Ich habe Bock, wieder irgendwie in die alten Storm Games reinzuschauen. Bin halt einfach krass im Hype gerade, Freunde. Man merkt es. Aber für mich ist Storm so eine Spielerei. Ich liebe sie einfach. Einfach liebe. Und deshalb schaut gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr Bock habt. Back to Storm, Freunde. Storm 1. Naruto Ultimate Ninja Storm 1 auf der PS5. Bin auch mal spannend, wie das sozusagen wirkt. Ich habe es nie gezockt. Ich habe erst ab Storm 2 angefangen. Aber wir schauen auf jeden Fall rein. In dem Sinne, macht es gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mautoxi. Ciao.